Seid gegrüßt, liebe Empire-Fans! Herzlich willkommen zu meinem neuen Good Game Empire Let's Play! Der neuen Folge! Und ja, zu Anfang, es gab ja gestern dieses Event, dieser, dieser, wie heißt denn das nochmal? Dieses kleine Ding, wo man auch den königlichen Schmaus da... Auf jeden Fall sollten wir sabotieren ohne Ende! Und ja, das hab ich gemacht! Ich hab sabotiert ohne Ende, ich hab wirklich versucht, auf Wiegen und Brechen unter die Top 100 zu kommen, und letztendlich war ich dann mit Platz 106. Schade, schade! Aber ich hab massenhaft Burgen sabotiert, ich hab immer nur ein Feuerchen gemacht, also seid mir nicht so ganz böse! Ich hab im Event sabotiert, weil da hab ich nämlich, ist mir aufgefallen, dass da einige Leute keine Wachhäuser haben. Und ich hab die ganzen Level 70er Burgen dann sabotiert, und ja, dadurch, weil ich hätte das eigentlich nicht mitgemacht, das Event, weil ich bin ja nicht so gegen, für, für Sabotagen und so, oder wisst ihr ja, weil ich ja da auch schmerzliche Erfahrungen gemacht hab, aber ich hatte für den dritten oder den vierten Teil, da sollte man 75 Punkte entgattern. Ich hab je 3 Punkte bekommen für eine 70er Burg. Da hab ich dann 500 Premium Punkte bekommen, und deswegen, schaut mal hier, Markt des Königs, hab ich jetzt noch für 6, ja knapp 7 Stunden Premium Level 5. Und ich würd ganz gerne mal darauf eingehen kurz, und zwar bekomme ich ja die Premium Burgfahne, die hab ich ja ausgeschaltet, weil ich die nicht so ganz prickelnd finde, da, also da find ich die Prollfahne besser. 20% Holzproduktion, 20% Steinproduktion in allen Burgen, und können wir uns sparen hier mit dem, ah ne, guck mal, 20 Holz, 20, ach guck mal, in Hauptburg ist das mehr als in Außenposten, alles klar. Ja, 15% Nahrungsproduktion in Hauptburg, dann hab ich, ähm, 6 Schlüssel noch, äh, 3 Schlüssel dazu bekommen, die hab ich dann eingelöst direkt, muss man sich dann halt nochmal neu anmelden, dann kann man die 3 Schlüssel dann direkt bekommen. Hab dann, äh, den Aufseher für Nahrung bekommen, und dadurch dann auch hier unten bei den Kelchpunkten nochmal, ja, diese, diese Kelchpunkte halt bekommen, für die Nahrungsproduktion. Sehr, sehr geil, hab ich dann einige Erfolge erzielt. So, genau, die, äh, 10% Nahrungsproduktion in allen Außenposten, 20% Reisetempo bei Angriffen, 10% Ruhm für Angriffe, 15% mehr Steuereinnahmen, ein Produktionsflot und ein Rekrutierungsflot mehr, ihr seht also, das kostet mir ja auch ne Menge Kohle, ähm, 65.000 bin ich jetzt bei, also ich hab jetzt meine Armeen wieder startklar, ich könnte jetzt wieder in den Krieg ziehen, oder auch nicht, ähm, hab soweit alles, muss jetzt nicht mehr rekrutieren, das heißt, ich werde mich jetzt kurz in meiner Allianz abmelden, ich werde jetzt sagen, dass ich nicht mehr, ähm, ab morgen dann ganz so viel farme, heute farme ich auf jeden Fall nochmal richtig schön durch, weil, ähm, ich hab ja, ja, kommen wir jetzt auch zu, 25 Premium Feldherren pro Tag bekommen, das ist so geil, ich bin nur am angreifen, hier, ihr seht also, hier von jeder Burg, ähm, von nie hab ich auch alle rausgeschickt, also, ja gut, die sind jetzt mittlerweile auch schon wieder da, ich hab hier, alle sind bereit gesetzt, sehr, sehr geil, und das macht so viel Spaß, leider hab ich einen kleinen Bug, ich wollte mir dieses einmalige Sonderangebot kaufen, hier für 6500 Cubis, aber schaut mal, wenn ich draufkomme, leider seid ihr zu spät dran, das Event wurde bereits beendet, doch verzagt nicht, das nächste Event wird bald beginnen, ja, ich find die Sachen ganz schön, der erste hier interessiert mich, erhöht die Kampfkraft der Fernkämpfer um 19, und nochmal um 14%, ist für einen Burgvogt, also, ähm, das wäre echt cool, sieht eingehende Angriffe 12% früher, der andere hat dann, erhöht die Kampfkraft der Fernkämpfer um 18, ist für einen Feldherr, reduziert den Torschütz des Feindes um 14, und ermöglicht 10% mehr Rohstoffe zu plündern, und der nächste ist ein epischer, der erhöht die Kampfkraft der Nahkämpfer um 12, also insgesamt um 20, und verringert die verlorenen Rohstoffe bei Plünderungs, ebenfalls für den Burgvogt, die hätte ich super gerne gehabt, ihr seht, das Angebot endet in, ähm, ja, fast einen Tag, ich könnte 25.500 Rubine sparen, aber seid da bitte vorsichtig, weil, ähm, wir haben so einige Angebote schon ausgerechnet, zum Beispiel das mit dem Jahr Premium, ähm, da spart ihr nicht wirklich, wenn ihr da Premium, wenn ihr dieses Angebot kauft, also, ähm, da spart ihr nicht wirklich im, ähm, im Vergleich dazu, wenn ihr das so kaufen würdet, ja, ähm, gibt's auch einen Eintrag im Forum vom Hateking, ähm, der da mal ein bisschen Luft abgelassen hat, ähm, ähm, ja, dieses Sonderangebot hätte ich ganz gerne gehabt, aber ich kann's leider nicht kaufen, weil jedes Mal dieser Hinweis hier kommt, aber gut, weil ich wollte eh so ein paar Rubinchen mir mal wieder gönnen, ne, ähm, ähm, ich hab dann noch die ein oder andere Bäckerei auszubauen, und die Stallungen wollte ich in meiner Hauptburg auf jeden Fall ausbauen, dann muss ich Wachtürme haben und so ein kleiner Rubinenschub für mein privates Hauptfond aus meinem privaten Haushaltskassengeld hätte ich mir dann schon gegönnt, ähm, ja, ist nicht, ist auch nicht so ganz schlimm, ich warte jetzt darauf, dass meine schöne Pole hier eintrifft, weil das gibt natürlich auch immer dann richtig schön Geld, ne, hier jetzt nicht so ganz, aber aus der, Moment, aus Ley, da gibt's, guck mal, da hab ich aber noch ein paar, die ich angreifen kann, 14, also von denen hier gibt's immer schön Geld, Level 17, 1, 7 bis 18, also von denen gibt's ganz schön viel Geld, in der grünen Welt bin ich noch nicht so ganz weit, ne, also ihr seht, ähm, ich hab ja auch nicht immer so viele Feldherren, ganz begrenzt, dann hab ich auch nicht den ganzen Tag Zeit, um hier meine Leute loszuschicken, und da kommen wir dann auch wieder zu der super Mail, die ich letztens bekommen hab, leider hab ich von dem, Mail-Schreiber noch keine Antwort erhalten, ich würd die super gerne mal vorlesen, weil ich dazu einiges zu sagen hätte, also wenn ich da Antwort bekomme, dann würd ich die auf jeden Fall dann vorlesen. So, kommen wir mal zu unserem tollen Event, wo wir ja eher so ein bisschen passiv arbeiten gerade, ich hab einfach aus Jungs und Dollerei mal hier eine Sturmfeste auf Level 10 angegriffen, das war auch nicht so schwer, ich weiß jetzt mal nicht, ich glaub, ich hab jetzt nur, äh, Moment, guck mal, ich glaube, die wird weg sein. Ja, weil ich hab halt, wie gesagt, hier schon wieder rot alles, ne, ich würd hier auch wieder runter, und dann wird alles wegbleiben, so, whoops, ja, dankeschön, zwei verloren, und 671 Gold, ne, das werde ich mir dann gleich angucken, ist halt nur immer doof, 25, 12 sind schon wieder voll, wenn die anderen jetzt gleich dann einschlagen, dann hab ich schon wieder alles voll, ne, aber egal, gut, Wett finde ich auch recht interessant, Punkte der Bälle, ähm, da seht ihr, sind die Leute vielleicht leider ein bisschen abgestiegen, ähm, waren teilweise auch in den Top 5, jetzt die letzten Tage, aber gut, soll ja nichts heißen, im Moment, äh, gucken wir mal, wer auch, die Samurai, klar, die Samurai, das ist eine super starke Allianz, danach kommt direkt die Tafelrunde, sind ja beide in unserem Verbund, ähm, ja, bin ich auch super stolz drauf, das war mit so tollen, vor allen Dingen, die Samurais, hab ich ja auch, äh, schon ein paar mal gesagt, bin ich so ein kleiner Fan von, ups, ja, ja, Puppel 61, uh, lots of heaven, genau, ähm, ja, bin ich, äh, kann ich zugeben, so ein kleiner Fan von, und ich glaube, wäre ich nicht bei den L.O.H. so gut untergekommen, hätte ich mich auf jeden Fall, im höheren Level, irgendwann mal bei den Samurais, oder bei, vielleicht mit einem Wing von denen, oder so, haben ja genug, hätte ich mich beworben bei denen, auf jeden Fall, so, meine Münzen abholen, und ihr seht also, ich bin hier eher ziemlich passiv, ich kann euch mal zeigen, ich hab jetzt im Moment noch nicht viel gemacht hier, eher gesagt, hab ich nur die Farmhäuser ausgebaut, es gibt noch Quests, ähm, hier unten, wo man auch Aquamarine bekommt, ich hab im Moment 45, nicht so viel, Amazing's Röppchen geht dafür ab, wie ein Zäpfchen, er hat sich schon das erste Teil, dieser Rüstung gekauft, und hat immer noch massenhaft, er hat glaube ich für einmal, hat er für 6 oder 8 Stunden, so einen Aquamarine-Turm da eingenommen, und hat da über 100.000 K für bekommen, Aquamarine, wahnsinnig geil, also der baut wie Hulle diese Schiffchen, die man hier bauen kann, ne, Leute, ich verspreche euch im nächsten Monat, wenn dieses Event startet, und wenn ich mich hier ein bisschen zurechtgefunden habe, ich sammle ja auch eure ganzen coolen, ähm, ähm, Kommentare, übrigens, wenn ihr Bock habt, dieses erste Einblick-Video, in dieses Event, da steht ein top Kommentar drunter, da müsst ihr mal reingucken, das ist wirklich super geil, weil der, äh, ich weiß jetzt, sorry, ich hab deinen Namen vergessen, ähm, ich komm gleich drauf, äh, man kommentiert so fleißig bei uns, aber ich kann mir einfach hier alles merken, vor allen Dingen hab ich sowieso immer so Wortfindungsstörungen, aber schaut mal darunter, ist ein ellenlanges Kommentar, ihr habt mir auch weggeschrieben, als dann das letzte Kommentar kam, viel Spaß mit den Leuten, die jetzt auf Handy versuchen, diesen Text hier zu lesen, weil, äh, wirklich begeistert, ähm, ja, wie gesagt, also super geil, wie ihr hier mit Anteil nehmt, und deswegen hab ich meine Burg auch We Are One genannt, weil ich finde, Leute, wir sind nicht nur innerhalb der Allianz eine Gemeinschaft, wir sind alle, alle, die meine Videos gucken, alle, die mich unterstützen, wir sind eins, und deswegen hab ich gesagt, komm, ein Tribute to We Are One, so, geht mal her, das Ding, ich weiß nicht, ob ich die 10 für die, äh, 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 die Quest schon gemacht hab, ja, was war denn jetzt hier mit, Mühle, Mühle, Inseln der Abenteuer, genau, Wohschiffinseln erfolgreich besetzt, ja, baut Frachtschiff, das sind die, das sind die Frachtschiffe, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ne, warte mal, 100, 100 sind die Frachtschiffe, ne, können wir mal eben kurz gucken im Baumenü, da sind sie, ne, okay, ähm, ja, ich könnte natürlich jetzt diese 10er noch ein paar mal angreifen, ich hab jetzt nicht wirklich viele Soldatenfülle, und ich glaub zwei Stück oder so, mache ich, und dann baue ich mir mal ein so ein Schiffchen hier rein, mal gucken, wie das aussieht, ich hab ja noch ein paar Tage Zeit, ne, 19,5 Tage, da wird's schon funktionieren, ja, und dann eure Frachtpunkte, Allianz Frachtpunkte, ähm, muss ich dann ein paar, wie viel gibt's dafür, 50, ja, werden wir wohl nicht rankommen, vielleicht beim nächsten Mal, okay, gut, dann war, glaube ich, eine Mühle zu bauen, ja, Rasten heißt Rosten, so, Farmers auf Stufe 4 ausbauen, und die Mühle, ich glaube, ich baue die Mühle mal, ich glaube, dafür habe ich genug Platz, und auch genug Rohstoffe, ja, sehr cool, wo kann ich die, oh, hab ich überhaupt genug Platz, Moment, hier zu einputzen, hallo, ja, ähm, lass uns das Baumenü mal nehmen, ja, das sieht jetzt so total süß aus, ich möchte es nicht wegmachen, komm, ich stelle, hier passen die Brut hin, ich stelle nochmal hier hin, weil ich muss jetzt leider hier die Mühle hinsetzen, ja, und, Vorteil auf jeden Fall, wenn man selbst nur die 10er-Burken angreift, man bekommt immer eine gewisse Anzahl an Rohstoffen, das fand ich auch sehr cool, so, und jetzt die Mühle hier hin, zack, so, dann kann die vor sich hin brötzeln, ich bin wirklich sehr piano hier, diesmal, guckt mir das erstmal alles in Ruhe an, natürlich hat man auch nicht im Nacken, oh, ich muss jetzt dieses Event machen, weil ich nicht weiß, wann es wiederkommt, aber wir wissen ja, dass wenn der Mondsturm da war, und da freue ich mich extrem drauf, ich bin mal gespannt, mit welchem Spektakel Empire diesen Mondsturm dann einfließen lässt, oder ob wir einfach nur so ein Pop-Up bekommen, also, ich liebe dieses Spiel, ich liebe dieses Spiel, muss ich immer nur wieder sagen, so, zack, 10 Minuten, ihr, und, ja, gut, ich glaube, etwas alles Angriff sieht, ne, eine Mail habe ich, von Homer Simpson, die war ja gerade schon da, gut, in 3,5 Stunden ist jetzt meine Mühle fertig, äh, das kann ich euch ja noch zeigen, ja, genau, ich hatte noch eine Mail bekommen, von jemandem, der sagte, du, Leih, ihr seid ja voll darauf aus, dass eure Hauptburg viel produziert, warum steht bei dir die Belagerungswerkstatt noch, ja, kann ich dir sagen, ich bin im Moment so ein bisschen in der Krise hier, mit meiner Hauptburg, weil, ähm, ich meine, Bäckerei ausgebaut, ich will auf jeden Fall die Stallungen jetzt noch ausbauen, huh, was sollte das denn, kommen wir wieder hier runter, ähm, dann hat mir, habe ich einen Tipp bekommen, ich soll den, äh, Tiosenplatz wegpacken, da würde dann noch ein Park hin passen, habe ich versucht, kann ich dir zeigen, funktioniert nicht, ich weiß nicht, wie das, ob das funktioniert, weil ich will ja sowieso die Belagerungswerkstatt irgendwann wegpacken, weil ich ja hier aus der Hauptburg sowieso keine Angriffe starte, wenn ich Angriffe starten würde, zum Beispiel hier, für die, die tolle Abenteuerkarte, dann schicke ich mir sowieso Soldaten und das Werkzeug dann direkt hier rein, Verteidigungswerkstatt ist nicht schlecht, wenn man die hier drin hat, braucht man aber auch nicht unbedingt, ich habe ja den Lay-Außenkosten da unten, und wenn mir hier mal die Werkzeuge für, also die Dev-Werkzeuge, ähm, ausgehen würden, dann könnte ich die in 0,6 darüber schicken, also ich bin noch nicht so sicher, ich habe da noch so ein leichtes Magengrummeln, jetzt in meinem Level bereits hier beides abzureißen, muss ja auch nicht sein, ihr seht, also ich bin jetzt hier 261,5 pro Stunde im Plus, ich kann nun so locker hier noch ein paar Angriffeinheiten produzieren, und die mir dann jedes Mal in die, ähm, 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 in die anderen APs, weil das ist mir wirklich wichtig, dass ich hier dann auch noch, wenn ich meine Dev hier komplett stehen habe, und die habe ich hier stehen, die Dev, die hier rein muss, die steht hier, ähm, ich bin froh, dass ich noch ein bisschen Luft nach oben habe, weil da kann ich nämlich hier auch noch, falls ich war, Armeen von mir oder so, dann nochmal rekrutieren, natürlich ist halt dann besser, selbst wenn man, wenn man Feste feiert, ach so, über Feste feiern, wohl ich habe ich auch auf jeden Fall vor, euch mit da noch ein bisschen eingehender einzugehen, ähm, allerdings würde ich dann ganz gerne erst mal hier so ein bisschen, äh, noch forschen, nicht im Bachturm, im Bachturm forscht man nicht, aber im Forscherturm forscht man, da werde ich auch demnächst noch eine Folge rausbringen, wie weit ich da letztendlich bin, ähm, hier seht ihr, bin ich jetzt gerade was am machen, ich habe Gott sei Dank jetzt wieder genug Resis, da bin ich meine APs im Moment gut am befüllen mit dem Holz, aber eine Stunde 55, dann könnte ich wieder hier loslegen, dann schauen wir mal, also ich bin ja jetzt wirklich im Militär erst dabei, auch volle Kalle, ab und zu habe ich dann auch mal in der, in der Wirtschaft ein bisschen gemacht, weil ich für Militär nicht genug Resis hatte, ja, weil die ersten Ausbauten, die ersten Forschungen sind halt nicht so teuer. Gut, das mit dem Park, das erledigen wir jetzt nochmal eben, ich habe ja die anderen Parks noch hier eingelagert, und kann dir dann zeigen, dass hier definitiv leider kein Park, keine, zwei Parks mehr reinkommen, reinkassen, so, leider nein, nicht leider geil, sondern leider nein. Dann habe ich eine Mail bekommen, Lay, anstatt den Weinbrunnen, pack dir doch ein Wohnhaus dahin, jetzt habe ich doch gerade erst die Wohnhäuser abgerissen, ich wollte den Weinbrunnen haben, weil ich den so schön finde, ich finde der passt so richtig cool zu meiner Fahne, also die Mühle, die hat ja dann dieselbe Fahne und so, ich führe das Platz auch, und habe deswegen den Nymphenbeinbrunnen gepackt, weil so ein bisschen Style finde ich ganz cool. Gut, ich bin schon wieder durch, das war alles, was ich euch jetzt zeigen wollte, ich werde jetzt noch eine Bogenfolge reinhauen, gleich kommt meine Omi zu Besuch, da freue ich mich mega mordsmäßig. Leute, ich wünsche euch ein super Wochenende, dieses Wochenende ist für mich ein ganz besonderes Wochenende, denn ich trommle, 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 ich trommle, meine ganzen Freunde zusammen, die ganzen Urgestein-Epics kommen, und wir nehmen die, ja, 1000 Abonnentenfolge auf. Ist das nicht der Hammer? 1K Abos, noch 50 Stück? Ich bin ja immer ein bisschen, gerne ein bisschen vorbereitet, deswegen nehme ich die jetzt schon auf. Das war ein riesen Aufwand, wir haben uns da was ganz, ganz Tolles einfallen lassen, einzigartig. Dieses 1K Abos Special ist für mich was ganz besonderes, ich hätte niemals gedacht, dass ich mit meinen Videos 1000 Leute erreiche. Okay, sind ja jetzt noch, ich sind ja jetzt noch 950, aber ich bin guter Dinge, dass wir das ganz, ganz schnell jetzt schaffen werden noch, mit den 1K, und dann bekommt ihr das Abos Special. Das hat nichts mit Empire zu tun, das ist eine Minecraft Abos Special, aber das ist was ganz, ganz Besonderes, richtig von der Pike auf, von uns erarbeitet, und wir sind da mega stolz drauf. Ich würde mir wünschen, wenn selbst ihr, Empyreaner, euch diese Folgen dann ansehen würdet, ich weiß nicht, ob ich da, das ist ein bisschen länger, ich denke, es könnte sein, dass das nicht nur eine Folge sein wird, sondern mehrere, weil dieses Event, das wird so bestimmt 2-3 Stunden gehen, und ich weiß nicht, also ich bin da nicht so ein Fan von, von so Videos, die 2-3 Stunden gehen, ist dann auch schnell mal ermüdend, aber ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr das alle sehen würdet dann, und ich verabschiede mich mit diesen Worten von euch, ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende, für die Leute, die jetzt keine Burgenfolge sehen, sondern dieses hier, das letzte Video, für dieses Wochenende ist, und danke, dass ihr da seid, Tschüss!